Musik 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 Viel Spaß noch auf Norderney! Danke! Danke! Viel Spaß! Und ein Eisbrecher, wie man so schon sagt. Gibst du das Mikro direkt weiter an die nächste Interpretin Kuni. Heute Premiere bei uns im WDR 4 Schlage-Express aus Herne. Vom SV Phoenix Bochum ist er. Und er hat gesagt, er fährt jedes Jahr nach Norderney mit seinen Sportworten. Und hat die Kurverwaltung gesagt, wenn du mal ein Norderney-Lied machst, das wäre toll. Und ich finde das war sehr gut angekommen. Herzlich willkommen schon mal, Kuni und die Wellenbrecher. So, jetzt aber hier. Ich habe heute den schönsten Arbeitsplatz der Welt. Ich sehe euch alle. Und auf der kleinsten Bühne der Welt, im WDR 4 Schlage-Express, hat die nächste Interpretin Platz genommen. Hat sie ihr Mikro schon, frage ich mal an der Stelle. Alles klar, ich freue mich auf eine Interpretin, die beim Rhythmus der Nacht ihren ersten Premieren auftritt, der letzten auf dem Schiff bei meinem Kollegen Bernd Brüggemann. Heute ist sie hier, inmitten von der WDR 4 Familie.